Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum 16. Advent Türchen vom FRS Adventskalender. Ja, jetzt mal ganz schnell hier alles runtergerasselt, denn ich bin ja schon spät dran, denn ich habe vergessen, dieses Türchen heute aufzunehmen. Und vorweg, was könnt ihr heute gewinnen? Heute könnt ihr gewinnen Amnesia The Dark Discount, und zwar der erste Teil der Amnesia Reihe als Steam Geschenk. Und dafür gibt es eine relativ einfache Frage, und zwar habe ich ja Amnesia The Machine For Pigs, den zweiten Teil der Reihe, jetzt letztens durchgespielt. Und da ist einfach meine Frage, wie lautet der Name des Hauptcharakters? Also, eigentlich recht easy, da würde ich mich freuen, wenn ihr mal ganz quick eure Antworten rausballert für die nächsten Tage. Ja, was müsst ihr machen? Kennt ihr ja eine Mail mit dem Türchen, also an den fes.clan.googlemail.com, eine E-Mail schicken mit FRS Adventskalender, dann die Zahl des Türchen, das heißt in die Klammer setzt ihr an die 16 rein. Und, äh, ja, dann beantwortet ihr einfach meine Frage, wie heißt der Hauptcharakter aus Amnesia The Machine For Pigs? Und schon könnt ihr The Dark Discount gewinnen. So, quick and dirty, flott und karotti, wir sehen uns beim nächsten Türchen. Dieses Türchen gilt zeitlich so lange, wie es jetzt online gekommen ist, einfach der Fairness halber, diese 48 Stunden Regel, ist ja nicht euer Fehler, wenn ich das verballere, das hochzuladen, ne, oder besser erst mal zu produzieren, das ist also hier ein Quickshot, den ich mache. Also dann, also ich wünsche euch viel Spaß beim Rätseln und ich habe viel dann und wann gesagt gerade, aber so ist das manchmal. Und, äh, wir hören uns beim nächsten Türchen und viel Erfolg beim Gewinnspiel, euer Fox.